... und kann sagen, Kompliment, ihr habt einen tollen Chef und wahrscheinlich hattet ihr die letzten vier oder sechs Wochen auch eine wunderschöne Zeit. Er hat nicht auf euch aufgepasst, ihr konntet machen, was ihr wolltet und man sieht es, ihr seid nicht mehr als Bauhandwerker angezogen, sondern als Römer und da habt ihr mit Sicherheit schon das ein oder andere Bier betrunken und die Arbeit mal mehr oder weniger liegen lassen. Einen guten Wein in eine Deutschlandfahne gehüllt, das ist das Dapscher. Das Dapscher ist die Symbolfigur des Alsfelder Karnevalclub. Und natürlich sofort dahinterher der Elferrat des Alsfelder Karnevalsclubs mit seinem Präsidenten Thorsten Trink und dem Sitzungspräsidenten Martin Reiberling.